Und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online hier bei Explorer IP und wir sind in Außenbezirken von Tulia, Land der Untoten und Schweine, Eber, Gedöns und Zwiebeln. So, wir machen die nächste Quest. Wir töten einen Overly, man stöte ihn nicht, aber. Ja, ich habe jetzt zwischen den Folgen, das kann ich nochmal kurz zeigen, mal eben rumgeidelt, weil wir es bis jetzt noch nie gemacht haben. Und zwar haben wir im Inventar ja die Runen. Es ist eigentlich recht simpel. Wir ziehen das Item rüber und können die Runen einsetzen. Habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe ein paar gewöhnliche reingesetzt, weil wir ja ständig neue Waffen kriegen. Und was ich noch gemacht habe, ist verbessern. Das funktioniert genauso. Waffe rein. Waffe rein. Und fürs Enchanten kriegen wir ja diese Rüstungsteile oder was? Ist doch so, ne? Nein, nicht doch. Ja, genau. Stein zur Waffenverbesserung. Und dann können wir das pimpen. Aber ich... Aber machen wir erstmal so. Damit wir dann die Waffen im Endcontent, äh, Rüstung pimpen können. Und ich jetzt schon alles, äh... Du weißt schon, was ich meine. Du weißt bestimmt, was ich meine. So, drauf da. Den brauchen wir auch nicht, aber ich fühle mich, dass Bäume liegen. Mitnehmen. Ja. Wenn wir das nicht ausblenden. Ein furchteinschlößender Schreigedöns. Und wir müssen die Seite noch ablaufen wegen der Kiste. Das ist bestimmt ein Secret. Ich weiß nicht, ob ich alles hier pullen. Obwohl, dich wollen wir pullen. Wir müssen die Räume wegchauen. Was ist das? Oh, ich muss das gut machen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht. Dann komm du auf. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ich halte mir jetzt die Dekki-Area-Frei. Ich bin es nicht. Ich halte natürlich nichts am Hut. aus nach da ich werde mal eben gerne hier oben gucken hier ist noch ein Baum nicht schweigen nein, schnell, will nicht pullen es sind echt viele Viecher mittlerweile und ein uraltes Pferd ja, hallo Pferd hallo Pferd jetzt war er kritisch getroffen nicht schlecht und man drauf ramm, ich sehe auch 2, rascal ja, drauf Ich bin sorry, ich kann nicht mehr gehen. Alles gut, Mädels. Alles gut. So, haben wir hier noch was versteckt? Da ist das Zahnrad. Weiß gar nicht, machen wir hier schon? Wo müssen wir denn hin? Wir laufen gerade drauf zu. Das ist schon mal gut. Allerdings sind hier Fiecher ohne Ende. Hätten wir die Quest von Amy ruhig nochmal annehmen können, weil wir in Not gedrungen sind. Und die Schweine nicht rumkommen. Die Quest haben wir ja glaube ich in der letzten Folge gemacht. Das ist eine neue Aufnahmesession jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist okay. Okay. Guten Tag, Freunde. Weg. Guck mal hier. Alpha-Wahn. Bleibst du? Nee, er haut auf. Okay. Er bleibt auf. Okay. I see so. I'll have two, Master. Okay. Aqua-Bubble. Na, wieso? Ich schreck das manchmal nicht. Ich Laufe schon. Ich kann nicht mehr whopeln. Okay. So. Das wird das Chaos Piepen. Den müssen wir doch glaube ich haben für die Questen hier. Furchteslösende Schreien. Weiß ich nicht. Ja genau. Wir müssen ein bisschen enthalten. Ah, da kommt sie aus dem Spott, da tut man ein bisschen Power. Boah, ich bin soo honger. Boah. Mischer. Wir hatten in der letzten Fall da auch ein bisschen. Wir looted und weitergelaufen. Was war denn das überhaupt? Kommt was lila nicht. Und ich? Da. Epische Ohrringe. Gut. Kann man brauchen. So Freunde. Meine Beine! Meine Beine! Meine Beine! Bitte, beschafft mir ein paar Beine. Ja, nichts lieber ist das. Aha, mein Freund. Aha, so können wir. Okay. Ja, mhm. Schirr. Hier ist Traum. Und Joshua. Poor Prinz. Ich hoffe, der Prinz kann mich jetzt ein bisschen Frieden finden. gut. Gut. Jetzt sollen wir wieder Eber töten. Dann würde ich die Quest von Amy nochmal annehmen. Was ich aber jetzt als erstes machen werde, ist ganz langweilig. Wir bringen die Quest hier mal eben zurück. Oder geben wir ab. Oha. 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 Wir haben ja in den letzten Folgen angenommen, haben die fertig gemacht und die können wir jetzt wieder abgeben. Ich denke mal, dann werden wir da auch nochmal eine Folge Quest kriegen. Normalerweise war das immer so. Oha. 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 Automatisch. Ich habe so ein Quest gekriegt. Jetzt wird es nochmal düster. Ich hoffe nicht, dass uns der Level 50er jetzt entgegen kommt. Vielleicht ist es dem Prinz? Es hat auch etwas geschrieben. Wenn man vom Teufel spricht. Geh mich zum... ...Krimson Rock Sanctum. Lass uns das Krimson Rock Sanctum schauen. Jetzt nehme ich Level 50. Das ist der Reiter. Ja. Ich bin der goldene Reiter. Den will ich nicht pullen. Der hat 277.000... Ja, noch mehr, ne? 2 Millionen Lebenspunkte. Der guckt uns nur böse an, dann sind wir weg vom Fenster. Hier hat das Questen auch Spaß gemacht. Ganz viel Spaß. Wir müssen jetzt durch das ganze Gebiet und dann sind wir... ...am ziehen. Genau. Jetzt durchs Kental. Ups. Ein Ladebildschirm. Aufregend. Oder auch nicht. Oh. Oh. Sonne. Was? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, da ist richtig. Aber ich muss mal die Quest abnehmen. So. Mein Freund. Alles erledigt. Blumen der Erholung. Wenn wir gerade hier sind. Weil hier sind die meisten NPCs friendly. Außer da. Ja. Aber dann werden wir uns schnell die Bäume hier einverleiben. Das müssen wir leveln. Leveln. Und dann hier oben haben wir noch ein paar. Ein Boy Melee. Da hinten. Komm mal da dran ohne... Da kann man nicht, ne? Ich hab keinen Prozess hier da. Erlangen zu können. Da ist die Amy wieder. Die ist in jedem Gebiet die Amy. Da ist noch... Ups. Schön. Und was wir machen können. Wir gehen nochmal zurück zum Lager. Das ist ja hier in der Nähe. Und dann verkaufen wir eben die gewöhnlichen Runen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Vorerst. Ich denke mit 30. Level 30. Können wir uns dann an die Grünen trauen. Oder sollten uns an die Grünen trauen. Weil unser Metall ja echt voll ist. Es sei denn man kann die zerlegen. Das habe ich natürlich noch nicht geguckt. Was ich nicht glaube, dass man oben zerlegen kann. Komm mal. Komm mal. Der wäre doch zu schön gewesen. Da ist Olivenöl. Bitte ohne was zu pullen. Nämlich was ist das hier an Bord? Der steht den ganzen Tag hier. Pullen wir mal den. Anruf. Was ist unser Anruf? Das waren alles Gruppenquests hier. Wir können aber mal eben schauen, ob da vielleicht jetzt neue dazu gekommen sind. Und ich bin ein Alan. Und es ist ein Held im Gesicht. Es ist eine Held im Gesicht. Es ist ein Held im Gesicht. Es ist ein Held im Gesicht. Eine Held im Gesicht. Olivenen. Der Händler unseres Vertrauens. Woran selten, ungewöhnlich, gewöhnlich, ja weg damit, gewöhnlich, weg damit, ungewöhnlich, gewöhnlich. Nimm ich so viel davon. Klar, wir könnten das auch in die Rüstung einsetzen, aber ganz ehrlich, da kommt so viel von dem Kram rein. Dann kann es auch weg. So, das gibt es sogar selben. Gut, äh, Stufen, Natur. So, haben wir alles bein sortiert. Das kann so bleiben. Ausrüstung, Leid, Materialien zum Kochen. Das können wir noch verkaufen. So. Dann haben wir das auf, weißt du. Okay, ich würde auch sagen, wir machen hier einen Cut. Wir sind bei 16 Minuten, dann reite ich bis zur nächsten Folge wieder zurück und dann questen wir in der nächsten Folge weiter. Dann nehmen wir bei Elmi die Quest dann nochmal für Schweine, weil Schweine wieder sowieso erledigen müssen und dann weißt du schon, was in der nächsten Folge Aufregendes passiert. Genau, Schweinemörder. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem man in der Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao. Bye, bye. Vielen Dank.